Ja, wunderschönen guten Morgen! Darf ich euch heute mal den Olaf vorstellen? Hallo! Von Blinky Blinky Computer Band! Genau! Er hat ein paar CDs für uns gesponsert. Jede CD kostet ein Fünfer. Also alles mal zum Reinhören. Im Hintergrund hört er jetzt auch schon die Musik. Hast du noch was dazu zu sagen? Es gibt auch ein paar Aufkleber. Die werden umsonst halt, ne? Genau! Und auf Wunsch natürlich auch T-Shirts. Gibt's auch auf meiner Seite. Oder vielleicht auch in Kürze hier. Müssen wir mal sehen. Und ja, hört rein. Wer elektronische Musik mag. EBM, Synthi-Pop, Industrial, bisschen Ambient. Dem könnte das gefallen. Und die CDs sind fabrikgepresst und nicht teuer. Und zum Schäppchenpreis. Wie gesagt, 5 Euro das Stück. Geschenkt eigentlich fast. Noch alle neu eingeschweißt. Bis auf die, die mir gerade im Hintergrund hören. Aber ja, guckt einfach rein. Habt viel Freude damit. Schaut euch die mal an. Okay, bis dann. Danke. bis dann zurück. Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.